hallöchen ihr lieben ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen bobble des monats und heute habe ich einen ganz besonderen bobble mitgebracht er war noch nie bobble des monats und jetzt endlich auch mal einen mit sechs farben bislang überwiegend letztes jahr war es ja ausschließlich mit vier farben ein bobble weil es technisch nicht anders möglich war das im shop umzusetzen jetzt mit dem neuen shop kann ich natürlich auch aus anderen farbkategorien bobble zum bobble des monats wählen und jetzt habe ich zum allerersten mal einen mit sechs farben und er ist super beliebt bei euch und das nicht ohne grund also ich finde den auch toll ich habe bereits damit schon ein shirt gestrickt das shirt ursel findet ihr meinen youtube kanal oder als schriftliche anleitung auf meiner crazy pattern seite aber jetzt will ich euch nicht länger auf die folter spannen es ist der bobble rosenstrauch und ja wie gesagt total beliebt bei euch und das nicht ohne grund ich finde den auch super ich bin so verliebt ich bin mir ganz sicher ich werde damit noch das ein oder andere projekt machen häkeln oder stricken ist mir wurscht aber ich finde diese farbkombi einfach total klasse und jetzt gibt es diesen bobble rosenstrauch den gesamten monat lang für zwei euro rabatt pro stück in den lauflängen 800 meter 1000 meter 1200 1400 1600 1800 und 2000 metern und wenn ihr euch dieses angebot nicht entgehen lassen wollt solltet ihr jetzt in meinem shop vorbeischauen auf romifischer.de wenn ihr sagt naja ist ja alles schön und gut aber meine farben sind da so gar nicht dann schaut trotzdem mal rein weil es gibt unzählige eine riesige auswahl unzählige unterschiedliche farbkombis die ich bereits für euch gewickelt habe und wenn so absolut wirklich nichts für euch dabei ist biete ich euch auch an eine wunschwicklung zu machen das gibt es auch als angebot in meinem shop schaut einfach rein in der kategorie wunschwicklung und da werdet ihr dann auch für nicht und könnt ja euch alles selber zusammenstellen und nichtsdestotrotz bin ich mir aber ziemlich sicher dass ja auch unter den bisherigen wicklungen irgendetwas findet was euch gefällt mittlerweile habe ich auch handgefärbte garne für euch dabei und es lohnt sich mit sicherheit da mal vorbeizuschauen und ja jetzt wünsche ich euch ganz viel spaß beim shoppen und beim stöbern und mit sicherheit ist nächsten video bin ich entweder mit einer häkel oder strickerleitung ich weiß es nicht genau ich muss mal gucken bin ich dann wieder bei euch und natürlich würde ich mich dann auch freuen wenn ihr auch wieder mit dabei seid und rein klickt und ich sage bis zum nächsten mal eure romi tschüss